In diesem Tutorial werden wir uns im Rahmen von Funktionsscharen ein interessanter Anwendungsfall anschauen, was in den letzten Jahren immer häufiger in der Abiturprüfung vorgekommen ist. Und zwar, wie man den tiefsten Tiefpunkt bzw. Hochpunkt für eine Funktionsschar berechnen kann. Meiner Meinung nach ist solch ein Anwendungsfall am besten zu klären anhand von Beispielaufgaben. Und deshalb werden wir uns jetzt auch zwei passende Beispielaufgaben anschauen. Das ist hier die erste und ich überfliege jetzt kurz die Aufgabenstellung. Gegeben ist die Funktionsschar f von t mit t Element von r. Das bedeutet, der Parameter kann jeden möglichen reellen Wert annehmen. Bestimme den Wert von t, für den der Tiefpunkt des Graphen von f t am tiefsten liegt. Naja, in erster Reihe solltet ihr verstehen, was mit dieser Aufgabenstellung eigentlich gemeint ist. Und dafür müsst ihr euch an eine einfache Grundeigenschaft von Funktionsscharen erinnern. Und zwar, in einer Funktionsschar stecken eigentlich unendlich viele ähnliche Schaubilder. Das heißt, für diesen Parameter d kann man natürlich verschiedene Werte einsetzen. Bei dieser Aufgabe gibt es ja eh keine Einschränkung, aber bevorzugt schöne Werte. Und dadurch erzeugt man verschiedene Funktionen mit ähnlichen Eigenschaften. Das habe ich jetzt auch hier gemacht für diese Funktion. Also ich habe für t verschiedene Werte eingesetzt. Ich glaube, minus 1, 1, 2 und glaube ich 0,5. Und habe ein paar dieser Schaubilder auf der rechten Seite dargestellt. Natürlich entspricht jeder Farbe einem passenden t-Wert. Und ihr merkt, dass diese Schaubilder ähnliche Eigenschaften haben. Zum Beispiel eine Eigenschaft, die uns interessiert, ist die Tatsache, dass alle diese Schaubilder einen Tiefpunkt besitzen. Und wie ihr an den Kurven wahrscheinlich ganz gut erkennen könnt, manche dieser Tiefpunkte liegen höher, manche tiefer. Und wir suchen jetzt den Parameterwert, sodass wir den tiefsten Tiefpunkt haben. Gut, in unserer Abbildung wäre das diese rote Kurve. Und hier hätten wir von allen dieser abgebildeten Schaubilder wenigstens den tiefsten Tiefpunkt. So, was für ein passender Parameterwert dazugehört, werden wir dann auch gleich rechnen, ich sehe. Um diesen tiefsten Tiefpunkt zu bestimmen, brauchen wir allgemein erstmal den Tiefpunkt für diese Funktionsschar. Und genau das werden wir jetzt auch ausrechnen. Um die Extrempunkte einer Funktion zu bestimmen, in diesem Fall speziell den Tiefpunkt, braucht man natürlich zwei Ableitungen. Und genau das werden wir hier auf der linken Seite machen. Wir werden diese Funktion, ft von x, zweimal ableiten. Also, das heißt, x auf 2 abgeleitet sind natürlich 2x. Minus 2tx abgeleitet sind minus 2t. Also, t wird beim Ableiten wie eine Zahl behandelt. Und bei den hinteren zwei Termen haben wir gar keine Variable dabei, also gar kein x. Das bedeutet, das sind einfach nur alleinstehende Zahlen, die beim Ableiten verschwinden. Also, eine relativ sehr einfache erste Ableitung. Dann die zweite Ableitung ist noch einfacher. 2x abgeleitet sind 2 und minus 2t abgeleitet beinhaltet wieder keine Variable, also verschwindet. So, jetzt. Um diesen Tiefpunkt zu bestimmen, müssen wir natürlich zuerst die erste Ableitung 0 setzen. Das ist die sogenannte notwendige Bedingung, wenn ihr es entsprechend so in Unterricht gelernt habt. Und jetzt können wir natürlich nach x umformen. Also, ich bringe erstmal die minus 2t mit plus 2t rüber. Und dann haben wir 2x ist gleich 2t. Und am Ende können wir natürlich noch durch 2 teilen und somit ist x gleich t. Die x-Koordinate dieses Tiefpunkts haben wir jetzt. Erstmal sollten wir auch gucken, dass es wirklich ein Tiefpunkt ist. Gut, dafür benutzt man sozusagen die hinreichende Bedingung. Also, man setzt diesen Wert in die zweite Ableitung. Das sieht bei uns ein bisschen seltsam aus, weil die zweite Ableitung keine Variable mehr beinhaltet. Aber das spielt keine Rolle. Also, der Wert der zweiten Ableitung ist einfach 2. Das ist ein Wert, was größer als 0 ist. Und deshalb wissen wir, dass wir einen Tiefpunkt oder ein Minimum haben an dieser Stelle. Ich schreibe abgekürzt Min dafür. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine y-Koordinate für diesen Tiefpunkt. Also, zur Erinnerung. Ich übernehme nochmal den Wert von vorher. x war t. Das bedeutet, um die passende y-Koordinate zu bestimmen, setzen wir einfach in unsere Schar oben ein. Also, wir haben dann ft von t. Das entsprechen dann t² minus 2t mal t plus 4t² und minus 3t. Und wir versuchen natürlich, diesen Term noch ein bisschen zusammenzufassen. Also, vorne lasse ich erstmal dieses t² in Ruhe. Dann kommt minus 2t mal t sind minus 2t². Dann plus 4t² und minus 3t. Gut, und diesen Term kann man noch ein bisschen zusammenfassen. t² minus 2t² sind minus t² plus 4t² sind 3t². Und am Ende noch die minus 3t. Und damit hätten wir auch die allgemeine y-Koordinate von diesem Tiefpunkt. Den schreibe ich jetzt noch sauber hier zur Seite. Also, die x-Koordinate war t und die y-Koordinate war 3t² minus 3t. Was wir jetzt haben, ist natürlich ein allgemeiner Tiefpunkt für alle Kurven dieser Schar. Aber nicht vergessen, hier noch, so wie rechts abgebildet, wir suchen diesen oder einen Parameterwert für diesen tiefsten Tiefpunkt. Naja, da muss man sich Gedanken, durch was wird die Lage des Tiefpunkts eigentlich in diesem Koordinatsystem festgelegt. Natürlich durch die y-Koordinate, also durch diese hier. Und die y-Koordinate hängt von diesem Parameter t ab. Deshalb können wir es eigentlich als eine Funktion oder sogenannte Zielfunktion sehen. Also, wir können jetzt für die y-Koordinate, ich bezeichne es jetzt als y von t, eine Funktionsgleichung definieren. Hier an dieser Stelle 3t² minus 3t. Und für diese y-Koordinate suchen wir dann erneut das Minimum oder den Tiefpunkt. Das heißt, auch diese y-Koordinate muss zweimal abgeleitet werden. Diesmal natürlich nach dem Parameter, also nach t. Entsprechend haben wir dann 6t minus 3. Und die zweite Ableitung wäre wieder fast nur symbolische Natur, ist 6. Auch hier werden wir jetzt die erste Ableitung gleich 0 setzen. Also 6t minus 3 ist gleich 0. Dann formen wir nach t um. Sprechen haben wir dann 6t ist gleich 3. Wir teilen hier noch durch 6. Somit ist t 1,5 oder 0,5. So, und jetzt müssen wir nur noch zeigen, jetzt hätten wir eigentlich schon den passenden Wert für unser Parameter, müssen wir nur noch überprüfen oder zeigen, dass das auch wirklich wieder ein Tiefpunkt ist. Dann ist das auch der tiefste Tiefpunkt. Und dafür setzen wir diesen Wert in die zweite Ableitung. Allerdings, auch hier merken wir, okay, die zweite Ableitung beinhaltet gar keine Variable t in diesem Fall. Also von daher kommt eine 6 raus. Das ist wiederum eine positive Zahl. Und das ist der Beweis, dass wir tatsächlich wieder ein Tiefpunkt oder ein Minimum haben. Also, Schlussfolgernd können wir sagen, dass hier dieser t gleich 1,5 ist der gesuchte t-Wert. Unsere erste Beispielaufgabe war als Einstiegsaufgabe meiner Meinung nach ein bisschen besser geeignet. Hier kommt eine zweite Aufgabe mit ein bisschen veränderte Aufgabenstellung. Und auch die Funktion ist ein bisschen anspruchsvoller. Hier geht es darum, wieder einen passenden Wert für t zu bestimmen, so dass der Hochpunkt des Graphen am tiefsten liegt. Auch hier habe ich zur Verdeutlichung ein paar dieser Funktionen der Schar abgebildet, so wie hier rechts. Und ihr merkt, okay, alle diese Funktionen besitzen wieder einen Hochpunkt und einer davon liegt am tiefsten. Also das wäre hier, wenigstens diese Abbildung, vielleicht gibt es noch andere, der tiefste Hochpunkt. Grundsätzlich ändert sich gar nichts am Anfang an der Vorgehensweise. Wir wollen wieder einen Extrempunkt bestimmen und dabei natürlich in diesem Fall den Hochpunkt. Also wir brauchen zwei Ableitungen. Und dann leiten wir diese E-Funktion ab. Also 2E hoch X abgeleitet bleibt ja so. 2E hoch X. Und bei den nächsten Termen kommt die innere Ableitung, das ist eine verkettete Funktion, da kommt die innere Ableitung nach vorne. Also 2X minus D abgeleitet sind zwei. Entsprechend haben wir dann minus 2E hoch 2X minus D. Und diese alleinstehende T hinten dieser Parameter verschwindet dann. Die zweite Ableitung sieht so ähnlich aus. Also für den Anfang schreiben wir wieder diesen 2E hoch X einfach nur ab. Und diesmal kommt noch eine 2 nach vorne. Entsprechend haben wir dann minus 4E hoch 2X minus T. Und jetzt wieder die notwendige Bedingung. Das bedeutet, wir setzen die erste Ableitung gleich 0. Also 2E hoch X minus 2E hoch 2X minus T ist gleich 0. Na, es gibt verschiedene Möglichkeiten diese Gleichung zu lösen. Die einfachste wäre aber diese zwei E-Funktionen zu trennen. Also das bedeutet, die E-Funktion auf der rechten Seite rüber zu bringen. Also plus 2E hoch 2X minus T. Dann haben wir entsprechend 2E hoch X ist gleich 2E hoch 2X minus T. Dann, bevor wir logarithmieren sollten, um diese E verschwinden zu lassen, ist es natürlich viel, viel besser, wenn wir einfach durch 2 teilen, weil auf beiden Seiten sich diese Konstante 2 befindet. Also dann haben wir nur noch E hoch X ist gleich E hoch 2X minus T. Und wenn wir jetzt natürlich die Gleichung logarithmieren, und zwar auf beiden Seiten bleibt links nur noch X stehen und auf der rechten Seite 2X minus T. So, und das können wir jetzt nach X umformen. Da würde ich erstmal die 2X rüberbringen mit minus 2X. Das werde ich jetzt aus Platzgrün hier auf der rechten Seite schreiben. Dann haben wir entsprechend minus X ist gleich minus T. Und wenn wir das Ganze geteilt oder mal minus 1 nehmen, dann haben wir für X die Lösung T. In erster Reihe sollte man wieder überprüfen, ob unsere Extremstelle auch tatsächlich ein Hochpunkt ist. deshalb setzen wir für X dieses T in die zweite Ableitung, die ich hier nochmal abgebildet habe. Also wir bestimmen dann FT' von T. Und das werde dann entsprechend für X eingesetzt. minus 2E hoch T minus 4E hoch 2 mal T minus T. Diesen hinteren Term können wir noch ein bisschen zusammenfassen. Und zwar oben in den Exponenten 2T minus T ergibt T. Dann haben wir minus 4E hoch T. Und 2E hoch T minus 4E hoch T sind natürlich minus 2E hoch T. So, und das dieses Ergebnis unabhängig von T-Wert ist natürlich negativ, kleiner als 0. Kleiner Hinweis, die minus 2 vorne ist natürlich eine negative Zahl und eine E-Funktion, egal was hier oben in Exponenten für eine Zahl einsetzt, ist immer positiv. Deshalb minus mal plus ergibt minus und damit haben wir in diesem Fall ein Maximum. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist die Y-Koordinate für diesen Hochpunkt. Also dafür setzen wir diesen T jetzt in die Anfangsfunktion in FT von X ein und entsprechend haben wir dann 2E hoch T minus E hoch 2T minus T und am Ende nochmal minus T. So, den vorderen Ausdruck kennt man so ein bisschen. Also wir haben hier 2E hoch T und hier hinten wenn wir zusammenfassen haben wir nur einfach minus E hoch T und minus T und damit zusammengefasst 2E hoch T minus 1E hoch T sind einfach E hoch T minus T. Also das ist die Y-Koordinate von unserem Hochpunkt und den tue ich jetzt nochmal hier an der Seite sauber darstellen. Also T war die X-Koordinate und E hoch T minus T war die Y-Koordinate. Jetzt. wir schauen wieder auf unser Schaubild und versuchen uns zu erinnern was die Aufgabenstellung eigentlich von uns wollte und zwar den tiefsten Hochpunkt also das war wenigstens unsere Abbildung dieser hier und jetzt geht es wieder darum um die Y-Koordinate von diesem Hochpunkt zu minimieren. Also wir deklarieren erneut so wie bei der ersten Beispielaufgabe eine Funktion für die Y-Koordinate die bezeichne ich jetzt wieder als Y von T also ist E hoch T minus T und leiten diese Funktion zweimal ab mit dem Ziel dann entsprechend einen Tiefpunkt zu bestimmen für diese Funktion. Also wir haben dann E hoch T minus 1 und die zweite Ableitung ist dann einfach nur E hoch T So jetzt wieder die notwendige Bedingung also wir nehmen die erste Ableitung E hoch T minus 1 und setzen es gleich 0 Also wir bringen die minus 1 rüber mit plus 1 dann haben wir E hoch T ist gleich 1 und wenn wir dieser Gleichung logarithmieren steht dann T ist gleich ln von 1 Zur Erinnerung ln1 war ein besonderer Wert des Logarithmus und zwar 0 Deshalb ist unser T-Wert 0 Also das müsste der passende T-Wert sein aber wir müssen das noch überprüfen mit der zweiten Ableitung die muss jetzt zeigen dass das Minimum ist weil wir suchen ja den tiefsten Hochpunkt So und diese Überprüfung in die zweite Ableitung also y' von 0 ergibt dann einfach E hoch 0 E hoch 0 ist 1 Das ist eine positive Zahl und dadurch wissen wir dass wir an dieser Stelle tatsächlich ein Minimum haben Und eine kleine Bemerkung noch an dieser Stelle Vielleicht hat sich die oder der eine oder andere von euch schon anhand der Aufgabenstellung gefragt ob es auch möglich ist dass ein höchster Tiefpunkt oder ein höchster Hochpunkt existiert Natürlich ist das möglich Hauptsache die Funktion erlaubt ist Die grundsätzliche Vorgehensweise wäre natürlich nahezu identisch mit der Ausnahme dass man am Ende für diese y-Koordinate des Tief- oder Hochpunktes dann ein Maximum und kein Minimum bestimmt also ein Hoch und kein Tiefpunkt bestimmt Zum Schluss noch ein paar Hinweise Natürlich ist es in diesem Zusammenhang mit Funktionsschaden wichtig dass ihr in der Lage seid Funktionen mit Parameter abzuleiten oder Funktionsschaden dann Ortskurven beziehungsweise Ortslinien zu bestimmen oder die gemeinsamen Punkte bei einem Funktionsschaden Wenn Bedarf Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann Und wenn euch dieses Video gefallen hat ein Like ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts Und wenn es euch nicht gefallen hat dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren wer weiß vielleicht gefällt euch mein nächstes Video könnt ihr euch Ou euch t schaut euch auch euch euch ra euch 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 Vielen Dank.